So ein bisschen von dem Bus, kannst du nicht meine Freunde, die Baby prügelt einfach den Bruder von seiner Ex und verdammt doch meine Baby, was ist denn los bei dir? Ist dir der Film und das Geld zum Kopf gestiegen, dass du jetzt komplett ausrastest und nicht mal dein Verhalten oder Kontrolle hast? Also das ist mit deiner Ex-Freunde, die du irgendwie verprügelt hast, das war schon schlimm genug verdammt nochmal, was machst du jetzt schon wieder? Komm mal klar, Mann, nur weil du Geld hast und ein bisschen Femers machst, du kein besserer Mensch, also mach hier nicht einen auf Rambo und komm mal ein bisschen klar, vielleicht mal weniger Cenex oder weniger Koks nehmen und ein bisschen Wasser trinken, gesunde Ernährung, da kommst du auch wieder klar, Mann. Verdammt nochmal, dass die Stars echt denken, sie werden irgendwie Übermensch, komm mal klar, Junge. Damit ist das wichtig, sondern einfach den Bruder von deiner Ex-Freunde zu prügeln? Ich weiß ja nicht. Echt, Mensch, Mensch, Psychiatrie oder Irrenanstalt, irgendwas will für dich vielleicht das Beste. Okay, meine Freundin, das warst du, du frühen und boos. Abonnieren, gleich nicht vergessen, meine Freundin, bis zum nächsten Mal, meine Freundin.